vielleicht... so, wär jetzt ja nur ne Idee, ich mein, was ist von der, vom Original-Game? Alter, dennoch geliebt. Telefon auf, oh, meine Fresse! Was ist mit euch? Seid ihr nur auf RAM-Action hier aus, oder? Wartet kurz, einmal, ich muss hier mal eben auf, äh, wieder vorankommen. Nein, äh, was ist denn vom Original-Game wirklich noch geblieben? Alter! Ey, was ist mit dir? Stopp! Stopp, little! Stopp! Wenn du nicht fahren kannst, ist das in Ordnung. Du musst mich aber nicht die ganzen... Doch, er bremst mich weiter aus. Äh, was ist denn eigentlich noch geblieben? Ein paar Karren? Das Grundgerüst des Games? Die Musik? Und die Nachrichten? Ähm, Nachrichten? Alter, der geht jetzt schon auf den Sack. Und die Kopf-Meldungen, wo wir sie gerade haben. Er macht... Nein, 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 mein lieber. What the f... Okay, wir starten das Rennen. Lieben gerne neu. Ich habe die abkürzen wohl, äh, übersehen. Habe ich schon gesagt, dass ich, äh, mit der KI zu kämpfen habe? Nein? Jetzt wüsst ihr es. Ich habe die abkürzung vercheckt. Achtung, nordöstliche Streife. Ja, der hat mich... Uns liegt eine Meldung einer unbekannten Anzahl zu schneller Fahrzeuge vor. Die Verdächtigen wurden so eben gesehen. Äh, ja... Wir wurden irgendwo gesehen. Ist ja in Ordnung. Wir wurden irgendwo gesehen. Ist ja in Ordnung. Es ist schön, wenn ich euch irgendwas erzählen will und... mit der KI richtig auf die Eier gehen will. Und dann haben wir Kops. Und das war ja irgendwie klar, dass wir sie irgendwann kriegen. Oh, Steven, denk dran. Hier, die abkürzung ist möglich. Da wollte man sich ja unbedingt hindrücken. Deswegen dieser... Oh, nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Boah, ich mag diese Trailer Sache hier nie. Die habe ich noch nie hundertprozentigst ihn willkommen. die copies nicht heute mal ich sehe das ich glaube wir versuchen er das da nicht auf dem highway nicht auf einem highway das ist bitte auch von einem highway runter er erfährt mir immer mit ach und krach hinterher naja der wird noch nicht so weit sein ist mir klar wir haben die dinger hier nicht gemacht 175 km wieso haben wir denn die dinger nicht gemacht sehe ich gerade was ist das denn für eine logik normalerweise mache ich die immer als erstes hat der vergangenheit steven ist vielleicht ein bisschen verkackt oder nicht daran gedacht vielleicht und sein oder wie gesagt wir lassen die dinger jetzt weg 170 kommt nicht auf die geschwindigkeit glaube ich doch kommen wir 100 brauchen wir 74 haben wir aber wir kriegen die anderen rennen dadurch kommst du hier mit hin danke natürlich wenn das auch so gewollt ist wir brauchen die hilfe mit diesem tipp ok verstanden bilder 14 einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs na 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 ist mich in hohe bam komm doch mal ja danke vier stück brauchen wir kriegen wir hin verdächtige lokalisiert wir hängen uns hinter ihn ja dann soll er leitet es hier halt um und nervt mich nicht ein bisschen dunkel hier gerade alles aber wir kriegen das hin hat es immer drei sind auf dem highway hier und sich gar nicht dumme idee aber auch scheiße bei das flüchten und wann mal ist der jetzt so semi geeignet ach gottchen wir haben hier noch die gegner hier wir fahren ja wir sind ja nach dem rennen noch hier ja ich hab dies vergessen das erklärt auch die info mit wir hatten uns irgendwie aufgetrennt oder so jetzt fehlt uns nur noch das bau und hier ja schon mal die meinte uns das wird ja fast dann waren handwörter aber so ich glaube schon im letzten letzten ich darf den nicht verlieren ich meine er ist der einzige den sollte ich auch gerade vielleicht dann nicht zerstören so irgendwie die sollten vielleicht vom highway runter fällt mir gerade mal auf nein will ich aber nicht die mir nicht auf die rennen stufe 2 damit habe ich stufe 2 angeleitet du bleibst bitte auf meiner spra danke so weil ich das so wollte wir könnten mal so langsamer überlegen zu flüchten wir können es einfach mal versuchen jetzt ja wir haben wieder neue ich konnte nicht fürchten nicht so schlimm so flüchten wir nicht vielleicht nicht ja 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 meine fresse achtest du einmal aufs navi und nimmst hier fast alles mit wenn man einfach weiß dass die einer ziel aus der zauber ist viel zu strong gerutscht so was schafft wie gut seid ihr jetzt hier geworden an einer nicht so weiter in rutschen rutscht immer noch jetzt nicht mehr die ist viel zu stark geworden alter du kannst gar nicht mehr flüchten der park war aber gut die kleben die am arsch und nicht fast ja und will auch eigentlich hier weg ja ich nehme mit also was hat das was zum ich würde gerne flüchten aber irgendwie komme ich nicht von dem weg das ist scheiße straßensperren von auch an ich komme von den highways nicht hier weg liebe zwar vielleicht nur highways weil ich auch gerne verfolgen sagten halten aber die brauche ich jetzt nicht mehr ich wollte ja auch eigentlich flüchten danke ist wo war das dumm doch ist der auch losgerast ja toll das was ich werde ich ihn jetzt endlich los ich sehe das was er macht der kurz 6 verdächtige wurde zuletzt gesehen in westlicher richtung vorbei am boundary einkaufszentrum wir werden alle straßen in seiner letzten bekannten fahrtrichtung absperren oh boy endlich oh damit will er auch mit uns tun haben endlich dann wollen wir ihn mal raushalten mit sprint 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 so das ist schön dann können wir uns um dich so weg dein asch gehört uns bleibst nein da sehen wir nicht ein ich habe gerade wenigstens nur whatsapp-nachrichten gelesen zum zeitpunkt ähm zum zeitpunkt dieser aufnahme hier ist ein minecraft part von unten eingegangen mit dem titel etwas toxischer oder sowas kriegt eine antwort du bist da du bist da so ein bisschen klar ich hoffe die person hat zu dem zeitpunkt die nächsten weiteren parts gesehen weil irgendwann erkläre ich warum ich kurzzeitig so toxisch wurde ich liebe es ich finde es sehr cool dass ich wirklich mal darauf bekomme egal ob jetzt über whatsapp oder wie auch immer und dass sich jemand auch Sorgen macht auch alles gut und keine frage nicht gut aber ja vielleicht hätte ich auch einfach direkt bei dem toxisch session da das war knapp ich hätte noch zu sagen können was los ist dass ich das jetzt ein bisschen leider erzählt habe das kommt in ein oder zwei parts danach verständlichst dass man sich gerade jetzt Sorgen macht so wisst ihr also liebe dafür neben geht raus an die person die sich da gerade Sorgen macht das war eine etwas schwierige phase zu dem zeitpunkt äh Weg was willst du da bleibst du belehnt Samuel und dann geht das rennen doch Weg ist ein bisschen stark ja gut bei meiner Karre vielleicht auch kein Wunder aber er ist ein bisschen stark ist gut so zackig knackig bams wir kommen uns in dem letzten das letzte rennen mit ihm